Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Steuerkreis für Kraftstoffdruckentlastung hoch. Was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Antriebsstrangdiagnose, DTC, gilt normalerweise für alle OBDI-Fahrzeuge. Dies kann Fahrzeuge von Dodge, Ram, Chevy, Ford, GMC, Saturn und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren. Der P009D OBDI-Fehlercode ist einer von fünf möglichen Codes, die anzeigen, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM eine Fehlfunktion erkannt hat und den Kraftstoffdruckentlastungssteuerkreis betätigt. Die Codes, die mit Fehlfunktionen der Kraftstoffdruckentlastung verbunden sind, sind P009B, P009C, P009D, P009E und P009F. Der Zweck des Kraftstoffdruckentlastungssteuerkreises besteht darin, die Menge und den Druck des Kraftstoffs zu steuern, der dem Motor zugeführt wird, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Das PCM überwacht den Kraftstoffdruckregler und öffnet das Kraftstoffdruckbegrenzungsventil, um überschüssigen Kraftstoff zum Kraftstoffversorgungssystem zurückzuleiten. Der Code P009D wird vom PCM eingestellt, wenn der Steuerkreis für die Kraftstoffdruckentlastung einen Hochspannungszustand aufweist. Was ist der schwere Grad dieses DTC? Der schwere Grad dieses Codes ist normalerweise aufgrund der spezifischen Fehlfunktion moderat. Ein Beispiel für ein Kraftstoffdruckbegrenzungsventil. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P009D-Motorkodes können gehören. Motor startet nicht schlechte Motorleistung. Überprüfen Sie, ob die Motorleuchte leuchtet. Kraftstoff tropft aus dem Auspuff. Erhöhter Kraftstoffverbrauch. Kraftstoffverbrauch. Was sind einige der möglichen Ursachen des Codes? Ursachen für diesen Code können sein. Kraftstoffpumpe. Defekt Kraftstoffdruck. Begrenzungsventil. Defekt Ausfall des Kraftstoffdruckreglers. Korrodierter oder beschädigter Stecker. Fehlerhafte oder beschädigte Verkabelung. PCM fehlerhaft. Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P009D? Der erste Schritt bei der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen besteht darin. Die Technical Service Buildtanks, TSBs, für das jeweilige Fahrzeug nach Jahr, Modell und Kraftwerk zu recherchieren. Unter bestimmten Umständen kann dies auf lange Sicht viel Zeit sparen, indem Sie in die richtige Richtung weisen. Suchen Sie alle Komponenten, die dem Steuerkreis für die Kraftstoffdruckentlastung zugeordnet sind. Dies umfasst die Kraftstoffpumpe, den Kraftstoffdruckregler, das Kraftstoffdruckbegrenzungsventil und das PCM in einem Simplex-System. Sobald diese Komponenten lokalisiert sind, sollte eine gründliche Sichtprüfung durchgeführt werden, um alle zugehörigen Kabel und Anschlüsse auf offensichtliche Mängel wie Schaben, Reiben, blanke Drähte oder Brandflecken zu überprüfen. Kraftstoffdruck-Tests Der geeignete Kraftstoffdruck hängt vom jeweiligen Motor und der Konfiguration des Kraftstoffversorgungssystems ab. Auf technische Daten sollte verwiesen werden, um den richtigen Kraftstoffdruckbereich und die Stellen zu erhalten, an denen ein Kraftstoffdruckmanometer installiert werden muss, um die Druckprüfungen genau durchzuführen. Erweiterte Schritte Die fortgeschrittenen Schritte werden sehr fahrzeugspezifisch und erfordern die entsprechende fortgeschrittene Ausrüstung, um genau zu funktionieren. Diese Verfahren erfordern ein digitales Multimeter und die spezifischen technischen Referenzen für das Fahrzeug. Die Spannungsanforderungen richten sich stark nach dem spezifischen Jahr, Modell und Motor des Fahrzeugs. Cirque WeChecks Die Spannungsanforderungen variieren je nach Motor, Konfiguration des Kraftstoffdruckentlastungssteuerkreises und den enthaltenen Komponenten. Auf technische Daten sollte verwiesen werden, um den richtigen Spannungsbereich für jede Komponente zu erhalten. Wenn bei diesem Vorgang das Fehlen einer Stromquelle oder Erdung festgestellt wird, ist möglicherweise eine Durchgangsprüfung erforderlich, um den Zustand der Verkabelung zu überprüfen. Durchgangsprüfungen werden immer mit Strom aus dem Stromkreis durchgeführt. Die normalen Messwerte sollten 0 Ohm Widerstand betragen, sofern in den technischen Daten nichts anderes angegeben ist. Widerstand oder kein Durchgang ist ein Hinweis auf fehlerhafte Kabel oder Steckverbinder, die repariert oder ersetzt werden müssen. Was sind einige häufige Reparaturen? Kraftstoffpumpe Austauschen Kraftstoffdruck Begrenzungsventil Austauschen Kraftstoffdruck Regler Austauschen Korrosion Korrosion von Steckverbindern Reinigen Verkabelung Reparieren oder Austauschen Flaschen oder Ersetzen von PCM Hoffentlich waren die Informationen in diesem Artikel hilfreich, um sie in die richtige Richtung zu lenken und das Problem mit ihrem Kraftstoffdruckentlastungssteuerkreis zu beheben. Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und die spezifischen technischen Daten und Service-Buildtanks für ihr Fahrzeug sollten immer Vorrang haben. Begrenzungszwecken Applaus Vielen Dank.